Kollege Armin Schuster spricht als Nächster für die CDU-CSU. Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vierter November, nicht lange her, fünfter Jahrestag des Aufliegens der NSU-Mordserie. Guter Termin für diese Debatte. Drei Jahre nach dem Abschlussbericht, den der erste NSU-Untersuchungsausschuss gemacht hat und gut drei Jahre nachdem wir uns hier in aller Form persönlich bei den Angehörigen der Opfer entschuldigt haben. Wir haben zwei Versprechen im September 2013 abgegeben, nämlich alles zu unternehmen, dass sich das nicht wiederholt, und zweitens alles zu unternehmen, um diese Serie aufzuklären. Das erste Versprechen mündete in 47 Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses für Exekutive, Legislative und Judikative. Alle hatten ihr Päckchen zu tragen. Heute ziehen wir Bilanz. Das zweite Versprechen, alles zu tun, um aufzuklären, sehen Sie in München vor Gericht. Sehen Sie in zwölf Untersuchungsausschüssen NSU von Ländern und im Bund. Sie sehen es an der akribischen, intensiven Arbeit des Bundeskriminalamts, des Bundesamtes für Verfassungsschutz und vieler Länder Sicherheitsbehörden. Meine Damen und Herren, diametral anders als Sie, Frau Pau, halte ich das, was wir seit Ende 2011 in diesem Land tun, um das alles zu klären, für historisch beinahe einmalig. Ich hätte mir gewünscht, dass wir so konsequent auch nach der RAF-Mordserie oder nach dem Oktoberfestattentat auch gehandelt hätten. Da wäre es vielleicht auch notwendig gewesen. Aber was wir in Sachen NSU-Aufklärung tun, ist ein ganz schlechtes Beispiel, Frau Pau, um uns selbst zu beschimpfen. Sie haben sich ja gerade eben selbst beschimpft. Das halte ich nicht für angemessen. Es ist über Parteigrenzen hinweg gerade im Untersuchungsausschuss alles unternommen worden, in den Untersuchungsausschüssen. Warum? Wir haben alle regiert. Sie auch. Wir waren alle betroffen, nicht nur der Verfassungsschutz. Ich sage es Ihnen ganz offen. Es ist ein Ausdruck von Feigheit, wenn wir hier mit dem Finger auf den Verfassungsschutz zeigen und selbst nie in einem Innenausschuss eines deutschen Parlaments die Mordserie als Tagesordnungspunkt aufgerufen haben. Wer selbst so viel Grund hat, über sich nachzudenken, sollte nicht mit dem Finger andauernd auf andere zeigen. Ich habe damals im September 2013 von einem kompletten Systemversagen gesprochen. Der Justiz, der Exekutive, aber auch der Legislative. Deswegen finde ich diese Schuldzuweisungen ein bisschen billig, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns mal über die 47 Empfehlungen sprechen. Wenn dieses Haus 47 Empfehlungen verabschiedet, ich kenne keinen anderen Politikbereich, wo man dann nach drei Jahren sagen kann, beinahe alles abgeräumt, meine Damen und Herren. Umfang, ein Mammutreformprogramm haben wir gemacht. Ich kann das gar nicht, wie Frau Frau, ich kann nicht alles aufzählen. Ich bräuchte 90 Minuten Redezeit, um zu erklären, was wir alles getan haben. Und Sie haben auch nur drei Punkte rauspicken können von 47. Meine Damen und Herren, das ist auch ein Stück Erfolg, konsequente Umsetzung. Ich nenne es eine staatliche Entschuldigung. Wir haben uns bei den Angehörigen der Opfer persönlich entschuldigt. Es gibt auch eine staatliche Entschuldigung, weil wir wahrmachen, was wir versprochen haben mit der Einrichtung von Abwehrzentren gegen Rechts, mit Rechtsextremismus-Datei, mit polizeilich anderen Informationsanalyse-Systemen, Verfassungsschutzreform. V-Leute, Frau Pau, nicht mal Ramelow setzt das um. Seien Sie ehrlich, er ist als großer Tiger gestartet und landet jetzt als Bettvorleger. Und ich bin froh, ich bin froh drum, dass Sie das Verfassungsschutzamt nicht aufgelöst haben. Und ich bin auch froh drum, dass die Thüringer erkennen, dass es V-Leute braucht. Das ist ein Vorschlag zur Unzeit. Und das versteht kein Mensch da draußen mit gesundem Menschenverstand, dass Sie jetzt in schwersten Zeiten für Terrorismus das auflösen wollen. Also, wir haben ein Bundesjustizminister Maas ein umfangreiches Justizreformpaket verabschiedet. Wir haben PKG-Reform des Parlamentarischen Kontrollgremiums vorletzte Woche hier verabschiedet. Das Parlamentarische Kontrollgremium schon wieder zu reformieren, das war nicht leicht. Aber es war eine Kernforderung dieses Empfehlungskatalogs aus dem NSU-Untersuchungsausschuss 1. Meine Damen und Herren, wir sind so schlimm, dass alles ist, was passiert ist. Wir sind in der Lage zu sagen, wir haben enorm viel geleistet. Und deswegen ist mein Befund ein völlig anderer wie der der Linken. Und jetzt gehe ich noch auf die Frage ein, was bringt der zweite NSU-Untersuchungsausschuss eigentlich? Meine Damen und Herren, es geht um die Ehre der Opfer. Es geht um Schmerz, Wut und Trauer von Angehörigen. Und es geht um die Frage der Haltung unseres Staates. Solange wir nicht wissen, warum diese Opfer, solange wir nicht genau wissen, waren es genau diese drei Täter, und solange wir nicht wissen, wer hat wirklich geholfen, ist es eine Frage der Haltung, niemals aufzugeben, diese Fragezeichen lösen zu wollen. Und mit einem kleinen Augenzwinkern richte ich mich jetzt an die Mitarbeiter vom Bundeskriminalamt, vom Generalbundesanwalt, vom Bundesamt der Verfassungsschutz und vieler Länderbehörden. Ja, wir Untersuchungsausschussmitglieder sind manchmal auch verdammt müde. Es ist hart, vor allen Dingen donnerstags abends. Das gebe ich zu. Und dann habe ich auch meine Selbstzweifel. Aber ich glaube, wir tun das Richtige. Wir werden uns nicht wie bei der RAF in zehn oder 15 Jahren davon überraschen lassen, dass plötzlich noch ein paar Raubüberfälle begangen werden und dass dann noch drei in der Gegend herumlaufen. Das wird uns nicht passieren. Der Auftrag, den wir uns gegeben haben, ist, nicht das x-te Behördenversagen zu identifizieren. Nein, wir wollen jede Chance nutzen, dass eine der spektakulärsten, schlimmsten Mordserien der deutschen Nachkriegsgeschichte nicht unaufgeklärt bleiben. Das haben wir zu oft so gemacht. Und deswegen noch ein Augenzwinkern. Wir wissen nicht, wie viele Nachermittlungen wir auslösen durch unsere Arbeit im Untersuchungsausschuss. Aber wir ahnen es. Und allein die Tatsache, dass es Nachermittlungen gibt, ist ein Erfolg. Und auch die Tatsache, dass wir mit etlichen Theorien, teilweise auch Verschwörungstheorien, aufräumen können. Ich hatte auch Theorien, die sich zerbröselt haben. Und es ist wichtig, dass sie sich zerbröseln. Es ist wichtig, dass wir auf den Kern der Sache kommen. Und deswegen, meine Damen und Herren, Wolfgang Wieland, der Fraktionssprecher der Grünen in der letzten Periode, sagte, wir haben uns alle Mühe gegeben, ich zitiere ihn sinngemäß, herauszufinden, ob die Sicherheitsbehörden auf dem rechten Auge blind sind. Und sein Befund war, nicht auf dem rechten Auge blind, aber in einem gehörigen Maße betriebsblind, ja. Frau Dr. Högl sitzt da, sagte damals, es war ein Versagen mit strukturellen Ursachen. Rechtsextremismus sei nicht gesehen worden als Gefahr. Aber auch Sie, die SPD-Fraktion, wir, die Union, haben nicht den Befund gehabt, hier gibt es institutionellen Rassismus. Das ist ein ganz schlimmer Vorwurf, der leider von den Grünen immer wieder erhoben wird. Meine Damen und Herren, in diesen Zeiten braucht es Politiker in Regierungen und Parlamenten, die Verantwortung vor Gesinnung stellen. Verantwortung vor Gesinnung heißt, Frau Pau, ich würde Sie hier am Rednerpult am liebsten so erleben wie bei uns im Ausschuss. Warum Sie hier teilweise anders sprechen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welche Kundschaft Sie bedienen müssen. Aber die kooperative und konstruktive Zusammenarbeit im Ausschuss gefällt mir sehr gut. Es passt aber nicht zu dem, wie Sie hier reden. Abschluss. Meine Damen und Herren, ein einmaliger, wahrscheinlich in diesem Haus einmaliger Reform- und Aufklärungsmarathon im Bereich Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus erfordert Ausdauer und Geduld. Das sollten wir weiter bewahren und ich glaube auch, dass es angesichts des Leids, was die Menschen erfahren haben, die da Opfer wurden, nicht zu viel verlangt ist. Ich danke Ihnen. Für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen.